Weil wir an diesem Wochenende ja den deutschen Basketballpokal gewinnen, müssen wir auch schon mal proben, wie so eine Siegerehrung abläuft, damit die Jungs morgen wissen, wie es geht. Die laufen dann hier lang zu den Medaillen. Die beiden, die können wir vergessen, die wollen wir nicht. Wir wollen die hier. Und die hier nehmen wir natürlich dann auch mit. Dann geht es hoch aufs Podest. Einmal hier hoch. Der Menge zujubeln. Dankeschön, dankeschön. Nach einem grandiosen Spiel. Wir können auch schon mal sehen, hier Gold und Orange, das passt wirklich grandios zusammen. Der Pokal, der ist im Moment leider noch nicht da. Den putzen die Berliner gerade noch für uns. Aber das soll uns recht sein. Und wenn der heute Abend hier ist, dann geben wir den auch nicht mehr her. Be orange.